So, heute präsentiere ich euch den Mario Bros. Game & Watch. Schauen wir mal miteinander. Die Joghorschnufer kennen das hier wahrscheinlich nicht mehr. Das ist Mario und das ist Luigi. Dann müsst ihr natürlich die Päckchen mit dem Mario nehmen und dann am Luigi. Dann raucht ihr das eine Stufe höher. Dann geht ihr mit der rechten Hirnhälfte hoch. Das ist ein bisschen Gehirnjogging. Wenn alle Hirnzellen hier voll geklebt sind mit dem ganzen Küngel. Der ganzen Scheissdreck, der da drin pfeffert. Dann könnt ihr hier mal die grauen Hirnzellen angekarmeln. Es wird natürlich schwerer. Ist jetzt einfach. Jetzt machen wir hier schnell den Wagen voll. Dann beenden wir dieses Video. So, eh nicht damit. Jetzt gehen wir runter, jawohl. Danke schön fürs Paket. Mal, Merci. Das sind halt nicht mehr da. Ist halt nicht das gleiche, wenn man Call of Duty noch die Grinder einschiesst, oder? Oder beim FIFA den ganzen Loden die Päckchen reinjagt. Da brauchst du halt ein bisschen das Hirn, oder? Schau mal. Jawohl, Merci. Jetzt fangen wir mit dem Scheissdreck. Das Paket haben wir auch, jawohl. So. Hier nehme ich mit. Hier auch rein, Merci. Jetzt fängt das Hirn schon ein wenig an zu zucken. Schau mal. Jetzt fangen natürlich das Knochen im Kopf rein an zu zucken, oder? Das sagt dir Hilfe. Entschuldigung, ich bin ein bisschen überfordert. Jetzt machen wir schon den Wagen voll, oder? Mal schauen, was da passiert, oder? Komm rein mit dem Scheissdreck. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Komm, rein mit dem Paket. Jawohl. Ah, noch nicht. Oh, ich dachte, das ist Paulin, oder? Jetzt holen wir den Scheissdreck. Ja, jetzt fängt es an zu zucken, oder? So, jetzt haben wir es. Komm, bring ihn nach Hause. Jawohl. Schau mal, super geht das. Jetzt haben wir es geschafft. Tatsächlich, oder? Danke schön, Merci. Ja, und so wird es natürlich dann immer schwieriger und schwieriger. Und das sind die Spiele, die ich als Junges noch vor allem noch gespielt habe. Komm, mal runter. Bis man einmal runterfliegt. Komm. Lässiges YouTube-Video. Haben wir ein wenig Applausch miteinander. Wenn wir uns alle wieder zurückkehren. Oh ja. Oh nein. Schau jetzt hier. Schau jetzt. Verhalten sie noch mal. Hier war die Luft. Komm, rein mit. Hier. Merci. Soll man einen Livestream machen mit dem Game? Nicht einmal ist es runtergeflogen, ich kann es gar nicht glauben. Ich bin eigentlich voll zurückgeblieben. Schau jetzt an. So einfach ist der Scheiss. Jetzt haben wir es schon wieder geschafft. Jetzt sind wir schon bei 4 Minuten 40. Wer jetzt zum Zuschauen ist, ist schon bei ihm weg. Jetzt geht der Scheiss direkt ein bisschen schneller rum. Einrücken. Okay. Hallo, Merci. Ich bin ein bisschen scheiss. Nein, nein, nein. Das ist doch einfach. Das ist gar nicht so einfach in Erinnerung der Scheiss direkt. Schau mal. Oh shit. Entschuldigung, ich habe gar nichts gesagt. Nein, nein. Also schönen Abend. So sieht der Knochen aus. Schau mal. 1983. Made in Japan. Ja, komm. Ich habe noch mehr von diesen. Dann machen wir nächstes Mal Kult einen anderen Teil. Obwohl wir einen anderen Scheiss direkt. Obwohl wir einen anderen Game man möchte. Merci, schönen Abend. Big. Ich bin jouer祖 велic тот Typ.